Anselm Kiefer Anselm Kiefer ist kein Maler im konventionellen Sinn. Seine großen Assemblagen sind aus unterschiedlichen Materialien aufgebaut. Asche, Kleider und Blei tauchen immer wieder auf. Es sind oft Mythen, die bei Anselm Kiefer Bedeutung erzeugen. Am Anfang unseres Werkes stand der Name Jason, jenes griechischen Anführers, der mit den Argonauten ausfuhr, um das goldene Vlies zurückzuholen. Das Kleid in der Mitte weist auf das Eifersuchtsdrama um die Königstochter Medea. Aus Liebe hatte sie Jason geholfen, ihren Vater zu überlisten und an das goldene Vlies zu gelangen. Als Jason sich aber in eine andere Frau namens Glauke verliebte, wurde Medea wahnsinnig. Sie übergab dem Geliebten ein vergiftetes Brautkleid für ihre Rivalin. Als Glauke es anzog, starb sie. Das Kleid, das Kiefer hier in der Mitte platziert hat, ist nicht als Abbild jenes tödlichen Geschenks zu verstehen. Es hat den Charakter eines Zeichens, das die Geschichte der Medea symbolisiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!